Du willst wirklich schon echt jemanden messern. Hätt ich halt. Ja, mich jeder wollen. Jeder will mich umbringen. Nein, nur ein bisschen anschlitzen. Ritzen, du willst mich anritzen. Ja, genau. Hannover, Westdeutschland. Gab's das damals schon? So. Messer raus. Genau so anschlitzen. So, zack, zack. Da, jetzt gehst du mal zu gucken, also. Also, ich glaube, ich bin Hitler. Riko, du hast auch anschlitzen, oder? Ja. Ich hab schon mal Bock drauf, so ein bisschen anschlitzen. So, weißt du, so, 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 so. So die Nippel, die man denn abschneiden. Jemanden, die Nippel abschneiden. Und dann ihn zwingen sie selber. Ja, bist du, ekelhaft. Und dann ihn zwingen sie selber zu essen. Ja, du bist ja so ekelhaft. Du hast doch gesagt, du bist jemanden anritzen. Riko, Riko, wo bist du? Riko, du musst was zeigen. Riko hinter dir. Was? Selbstmord ohne. Wo? Warte. Ja, ich hab nur Samtex in der Hand. Komm mit. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Und ich kann noch nebenher schießen. Tatsächlich. Ups. Ähm. Ich hab ne Granate, da geht es nicht. Ich bin gerade gestorben. Wer ist gestorben? Ich. Ich kann nicht so lange tropfen. Bist du, bist du... Granaten-Man, oder? Ja, ich bin Granaten. Ich hab Samtex. Ja. Samtex lässt los. Keine Ahnung. Aber Granate ist... ...fünf Sekunden tot. Da ist dein Bein. Ich seh dein Bein. Iiii, es ist schwarz. Das war das geilste überhaupt. Ich steh ne halbe Minute lang mit dem Simtex hinter nem anderen Spieler. Und dann hältst du dich denn an und geh mit ihm in die Luft. Einfach nur. Genial. Geht's up, run. Oh, wow. ich bin die wunderkerze ja beschützt mich, ich hab keine Munition mehr ja, ich bin, ich geh schon ich find's echt geil ah ich muss unbedingt was an meine Ausrüstung ändern was muss ich ändern? das Messer Riko, kommen auf jeden Fall Dinger hin äh wie heißt's? Riko, komm mit wo bist du? wo bist du? hier, hier, ja, komm mit komm Riko, komm hier bist du sicher warte warte, ich komme Vorsicht, es kommt einer ja ah, töte ihn ich hab doch gesehen, wie er abgestochen wurde er ist auch tot danke, dass du mich so gerecht hast immer wieder mein Schatz bist du tot? ne, du lebst, ich komm jetzt hinter dir ich bin hinter dir, gell rette ihn, beschützend warte Riko, da ist einer ja ich hab dich gewarnt ich hab dich gewarnt Aua, Aua Bist du tot, bist du tot? dann warte ich hier ich bin tot dann warte ich hier eigentlich müsste ich doch hier im Restaurant, oder? nein, das wirst du nicht ne, ich bin auf der anderen Seite der Macht ich sehe dich wo? ich komm zu dir auch hinter dir ich hab dein Messer ich hab's geklaut hm? Aua, ich hab dein Messer geklaut das hat's jetzt gebracht, hä? ja, nein, eigentlich nicht ja, nein, eigentlich nicht oh man da sobald sie wissen, dass einer mit dem Messer unterwegs ist kann keiner mehr sein, mein Freund sein wie lange kann man einem blöden Arschloch hinterher rennen? der sich dann doch umdreht und dich tötet wenn du rutschen tust, dann kannst du auch noch aufschlicken damit kommen die nicht klar, dann kriegen die Panik komm schnell rein, komm schnell rein, wir ist sicher ich hab Angst au da hat mich einer erschossen ja, klar ja, klar ja, klar ja, klar genau das war nicht gern er brennt, er brennt Rico wer brennt? egal der ist tot er hat gedacht ich bin erst besser wie ich ich hab ihn auch angezündet ich glaube jetzt komm ich gleich oder? ja ich glaube ich komm nee ok weiß nicht Auch wenn er so aussah wie ich, das war ich nicht. Jaja, das war einer der Messern wollte, aber es nicht konnte. Das sah nur so aus. Also, ich will jetzt auf jeden Fall...